Das Problem ist, dass er ein bisschen Physik macht, ein bisschen molekulärer Biologie macht. Und so, weil er all diese Dinge macht, ist es manchmal schwer zu erinnern, welche besondere Dinge er erinnert hat. Was war es für die Erkrankung der Genen? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, für was genau. Ja, eigentlich irgendwas mit Genetik, nehme ich an. Ich weiß nicht. Max Delwood war Biophysiker und hat den Nobelpreis nicht dann für Medizin und Physiologie, sondern für Physik bekommen. Damit fängt es ja schon gut an. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und das wäre eine der nächsten Sachen, die ich mal googeln sollte. Gemein. Ich musste das mal irgendwann wissen, als ich mich hier beworben hatte. Er hat Gene untersucht. Something with Physics? Es ist nichts Medizinisches gewesen, glaube ich. Oh, das ist jetzt gemein. Ja, das müsste ich jetzt nachschauen. Ehrlich gesagt, ja. Ich weiß, er war Chemist. Aber ich erinnere mich nicht, was er macht. Nein, sorry. Ja, auf jeden Fall war er Biologe. Oh, das ist jetzt peinlich, weil das kann ich nicht genau sagen. Aber ich weiß nicht, immer mehr. Ich schaufe. Ja, es ist richtig. Genau. Aber ich finde das ein bisschen... Nee, ich meine. Ich bin gerne mal. Ja, ich bin lange. Ja, das muss ich selber hin. Ja, ich bin lange. Ich bin noch keine Ahnung. Ich bin immer noch. Und jetzt offen. Ich bin ja. Ja, ich bin lange.